Wie bewerten Sie die Bildschlagzeile Grüner mit Hitler-Droge erwischt? A. Super gelungen, da hohe Aufmerksamkeitswert. B. Kontraproduktiv, da dies den Kräften bei Bild das Leben schwerer macht, die Bild journalistischer und glaubwürdiger machen wollen. Und diese Frage deswegen, weil ich weiß, dass in Ihnen auch ein journalistisches Herz schlägt. Dankeschön. Ja, dann will ich mit der letzten Frage zuerst anfangen. Es ist ja immer ein, sagen wir mal schon fast folkloristisches, eine folkloristische Tradition zu versuchen, mich dazu zu bewegen, irgendwas Negatives öffentlich über die Bild-Zeitung zu sagen. Aber ich finde, es ist so einfach, das zu tun, hat es bisher noch nie geklappt. Und deswegen bitte ich um Verständnis, dass ich auch in diesem Fall sagen würde, einzelne Schlagzeilen möchte ich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht kommentieren. Es ist halt so, wenn man große Schlagzeilen macht, dann gibt es gelungene und weniger gelungene und das gehört zum Tagesgeschäft. Das ist halt so, wenn man große Schlagzeilen möchte ich nicht mehr gelungene und weniger 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 gelungene. Das ist halt so, wenn man große Schlagzeilen möchte, Das ist halt so, wenn man große Schlagzeilen möchte,